Und könnt ihr das Ganze jetzt bearbeiten? Ich zeige euch hier nochmal ganz kurz, bei der Teil- und Assistenten habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, einen Assistenten für die Präsentation auszuwählen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Präsentation wähle, dann kriege ich hier eigentlich ein Umfeld, wo ich sozusagen schon Voreinstellungen vornehmen kann. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt hier jede Präsentation auswähle, einfach mal auf Weiterklicken und kann jetzt hier zum Beispiel schon ein Hintergrund oder so bekannte Formelvorlage aussuchen, wenn ich mir jetzt was aussuche, wie das jetzt hier mal zum Beispiel, dann erscheint das hier in der Vorschau und wenn wir jetzt hier weiterklicken, dann können wir hier noch weitere Anweisungen vornehmen. Hier könnt ihr zum Beispiel den Übergang zu beiden Folien wechseln.